Herzlich Willkommen zum Mutail Tutorial. Ich arbeite heute weiter mit euch an der rückenden Beinbewegung, Fußbewegung und dem Ausweichen nach rechts. Denkt wieder daran, es ist kein rausdrücken mit der Wade, sondern eher mit den Federn, mit der Achillessehne drückt, also den Boden und die Achillessehne drückt euch wieder raus. Ich weiche heute ein bisschen nach rechts aus und da hinten, also ich arbeite mit meinem hinteren Bein, finde wie mein Rücken muss, nach hinten und wieder vor. Ich finde mein Rücken muss, nach hinten und vor. Ihr wollt von alleine nach vorne, schnell, wieder nach vorne. Ich gehe nicht nach hinten und drücke mich dann irgendwie noch mal hart ab. Das macht der Leiden mit der Achillessehne. Ich wippe, 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 wippe. Vorne, hinten, vorne, hinten. Ich komme nach vorne, Feder nach vorne raus, Feder nach hinten, komme nach vorne raus. Ich kann euch hier auch zur Seite rausgehen. Das ist wichtig, wenn ich Kicks fangen muss, aus. Seite raus. Seite raus. Seite raus. Geht raus, federt, kommt von alleine wieder zurück. Als letztes, der Auslandwechsel. Ich fädere, 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 fädere. Ich komme hier nach vorne, falle, falle nach vorne, drücke mich nach vorne ab, komme zurück und wieder in eine Auslande. Ich finde mein Rhythmus. Okay.